Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Staatsminister Al-Wazir, ich frage Sie jetzt hier noch einmal, nachdem Sie mir versucht haben, Ihre Sichtweise auf den Autobahnbau in verschiedenen Bundesländern darzulegen, wo, Herr Staatsminister Al-Wazir, war die Weisung des Bundes an das Land Hessen, die Autobahn A 49 weiterzubauen? Ich frage Sie, wo war der Widerstand des Landes Hessen gegen die Planung des Bundes gegen diesen Autobahnbau? Gibt es einen Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN, wo ein klares Bekenntnis zum Weiterbau der A 49 drinsteht? Gibt es die Drucksache 19-700, in der sich CDU und GRÜNE zum Weiterbau der A 49 bekennen? Gibt es das alles, oder gibt es das nicht? Wenn es das gibt, was, glaube ich, die Sachlage hergibt, dann bleibt es dabei. Wenn das grüne Politik in Regierungsverantwortung ist, dann sehen viele Menschen in diesem Lande schwarz, weil Sie nämlich sehen, dass Sie von Ihnen und Ihrem Einsatz für die Verkehrswende nicht allzu viel erwarten können. Das ist bedauerlich, insbesondere für die Menschen in den Bürgerinitiativen und für die Aktivisten aus der Klimabewegung. Genau so ist es. Zum Zweiten. Ziviler Ungehorsam war und ist eine wichtige Triebfeder für die Demokratie. Und wo wären wir heute eigentlich, wenn nicht vor einem Jahr ein paar junge, mutige Menschen gesagt hätten, uns ist der Schutz für das Klima so wichtig, dass wir dafür unser bisheriges Leben zumindest zeitweise aufgeben, in den Dannenröder Wald gehen, dort Baumhäuser bauen und für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen kämpfen. Wir wären dann nicht heute hier und würden diese Diskussionen führen. Diejenigen, die die Bäume besetzt haben, haben der ganzen Diskussion in Zeiten von Klimawandel, von Dürreperioden und von Wasserknappheit neuen Auftrieb gegeben, haben die Diskussion nochmal wieder in Gang gebracht. Und ich finde, dafür haben Sie alle unseren Respekt und unsere Anerkennung verdient. Und wo wären wir heute eigentlich, wenn Menschen sich nicht auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams und des zivilen Protestes gegen die Atomkraft gewährt hätten? Dann wären heute noch immer alle Atommeiler am Netz. Dann wäre heute wahrscheinlich Gorleben mit einem Salzstock, der nicht geeignet wurde, noch immer ein atomares Endlager gegen jeglichen Sachverstand. Ich bin froh und dankbar, dass es diese Form von zivilen Ungehorsam und Protest gegeben hat. Und er hat diese Republik bereichert. Und auch dafür sollten wir denjenigen, die sich diesem zivilen Ungehorsam angeschlossen haben, dankbar sein. Und ein Drittes. Weil ja hier so viel gesprochen wurde zum Thema Gewalt. Ich glaube, ich habe dazu auch aus unserer Sicht alles unmissverständlich gesagt. Was ich hier aber nicht gehört habe, und das sage ich mal insbesondere an die Vertreter in diesem Teil des Hauses. Ich habe keine kritische Bemerkung gehört zu Hass und Gewaltandrohungen und Hetze in den sozialen Medien gegen die Demonstranten, gegen die A49. Ich habe nichts davon gehört, was da an Gewalt auch ausgeübt wird, gegen Menschen in den Bürgerinitiativen und gegen Leute, die gegen die A49 aktiv sind. Und ich habe auch nichts gehört von unnötiger Härte der Polizei, von den Demonstranten mitunter berichten. Ich finde, auch das gehört dann dazu, wenn wir über die Lage im Dannenröder Wald sprechen, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich zum Abschluss auch noch mal an Herrn Dr. Naas appellieren, der ja diese Aktuelle Stunde mit sehr viel Werf und vielleicht auch ideengeschichtlicher, mangelhafter Sachkenntnis vorangebracht hat. Will ich noch mal sagen, Sie sind hier ja sehr, ich habe es so empfunden, brachial aufgetreten. Ich habe mir sagen lassen, Sie sind ja auch im Dannenröder Wald gewesen und ich kann Ihnen nur rückmelden, die Aktivisten, mit denen ich gesprochen habe, fanden, dass Sie eigentlich ein ganz freundlicher Zeitgenosse sind und dass es ein gutes Gespräch war. Nur leider verhalten Sie sich hier im Hessischen Landtag anscheinend anders. Das spricht auch für sich. Vielen Dank.